Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerdfallmedizin. Diesmal wieder ein kurzer Fall und diesmal aus der klinischen Praxis. Mal schauen was ihr dazu sagt und ob es sowas ähnliches schon mal erlebt habt. Naja, also das war mal wieder ein üblicher, ziemlich stressiger Dienst auf Intensivstationen. Es war viel zu tun. Wir haben da meistens zwei Bettzimmer und in dem einen Zimmer ging es richtig ab. Also da war eine junge Patientin, die war schwerstkrank, eine schwere Pneumonie, hat schon länger genifft, über Tage, über Stunden und es war abzusehen, dass das nicht zu schaffen ist. Und als ich dann im Dienst war mit einem Kollegen gemeinsam, war es dann klar, wir müssen die jetzt relativ bald intubieren. Nachdem da mehrere Faktoren dafür gesprochen haben, dass das schwierig ist, unter anderem war die jetzt nicht schlank, war klar, das wird eine große Aktion und entsprechend war der Aufwand von Verkabelung mit Arteria und so weiter und so fort, was sie schon gehabt hat. Vorbereitung unserer Planung, es war relativ viel Pflege da, wir waren zu zweit da. Also da war große Aktion im Zimmer. Und seit eigentlich Beginn des Dienstes war die Nachbarpatientin ziemlich aktiv. Die hat, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mal genau, was deren Erkrankung war. Ich glaube eine gastrointestinale Geschichte, vielleicht eine Pankreatitis oder so, aber die war gar nicht so schwer krank. Also die war nicht intubiert, die war eigentlich wach, die war normalerweise orientiert, vielleicht so ein bisschen langsam. Die war aus dem östlichen europäischen Raum, sodass wir eben nicht so gut mit ihr sprechen können. Aber eigentlich war die ganzer Nette und hat uns jetzt so intensivmedizinisch nicht sonderlich gefordert. Und eigentlich seit Beginn der Schicht war die super nervig. Ja, es klingt jetzt so abgefuckt, aber die war einfach, die hat die ganze Zeit so gefragt und gewollt und irgendwas reden wollen und man hat sie ja nicht verstanden. Und das ist immer schlimmer und immer schlimmer worden. Und tatsächlich, die war die ganze Zeit stabil, da war jetzt nichts, die hat jetzt vielleicht ein bisschen dachrikat worden, hat sich halt aufgeregt und ich habe gedacht, auch so die Kollegen, naja, die beschwert sich halt jetzt, weil da gerade im Zimmer viel Action ist, ja, die sieht das jetzt nicht und da passiert viel und vielleicht hat sie da einfach Angst. Und über die ein, zwei, drei Stunden, wo sich das alles so gezogen hat, bis alles vorbereitet war, bis die Entscheidungen getroffen waren, bis das besprochen war und die kritische Patientin dann intubiert war, die Beatmung optimiert war und so weiter und so fort, hat sich das immer weiter aufgeschaukelt. Und die war immer lauter und immer agitierter und die war eigentlich dann im Endeffekt in einem fulminanten Delir. Das heißt, die war nicht mehr adäquat kontaktierbar, die war irgendwie ganz aufgeregt, wie in einem schlechten Film, ja. Und ich habe mit meinem Kollegen daneben gestanden, wir hatten überlegt, was kann das sein? Sollen wir denen noch was zum Sedieren geben? Eigentlich hat die die letzten Tage nie was gebraucht, was ist mit der los, ja. Und wir konnten sie nicht verstehen. Das war natürlich ein Riesenproblem. Die Angehörigen kommen immer erst am Nachmittag, das war die Frühschicht. Es klang jetzt nicht so, als müssen wir das sofort lösen. Und irgendwie haben wir da gar nicht rausgefunden, was los ist. Und dann irgendwann mal kam eine junge Schwester, die die Patientin an den letzten Tagen betreut und sagt, sag mal, was ist denn mit der los? Die ist ja ganz anders. Und wir haben gemeinsam gerätselt. Und dann hat die junge Schwester versucht, die irgendwie zu beruhigen. Auch das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann sagt sie, weißt du was, die hat ja noch gar nicht gepinkelt. Und wir so, hä, was wie gepinkelt? Und dann ist halt so rausgekommen, dass die Patientin einfach die letzten Stunden nie am Klo war. Das wird ja auf Intensivstationen ganz genau gemessen, wie viel die Einfuhr und die Ausfuhr, also die Ausscheidung, Irin zum Beispiel ist. Und dann sagt sie, ja, schaut mal, die hat die letzten sechs Stunden, hat die überhaupt nichts gepinkelt. Und wir so, hä, warum soll die jetzt einen Nierenversagen haben? Dann sagt sie, ja vielleicht ist sie deshalb so drauf. Vielleicht muss die ganz dringend aufs Klo. Also, gesagt, getan. Wir haben geschaut, irgendwie, anscheinend konnte die nicht Wasser lassen. Die Patientin hat einen Dauerkatheter bekommen und da sind mega viel, ist mega viel rausgekommen. Eineinhalb Liter im Schuss quasi raus dort, ja, und eineinhalb Liter, das ist echt richtig viel. Und zack, paar Minuten später war die Patientin höchst entspannt. War ziemlich platt, aber höchst entspannt. So, was will ich euch damit erzählen? Die Geschichte ist, es ist manchmal extrem schwer rauszufinden, was die Patienten von uns wollen. Und gerade, wenn die in so einem komischen Delir sind, und wir erleben das immer wieder, gerade im Altersheim, reduzierte AZ, verwirrte Patienten, oft scheiß dann irgendwie Fragezeichen, Schlaganfall oder irgend sowas. Manchmal haben die ganz einfache Bedürfnisse. Und manchmal hilft es auch, wenn man da mit frischen Augen drauf schaut und jetzt nicht einfach immer nur daran denkt, welche Sedierung man jetzt da erhöhen kann oder welches antipsychotische Medikament man da jetzt wählen kann. So waren wir. Wir waren da ganz auf dieser Medizinschiene. Sondern einfach wie die junge Schwester sich mal überlegt, sagt, Moment einmal, da ist doch irgendwie ein Problem. Und vielleicht ist das das, was die Patientin stört. Also habe ich mir gemerkt. Ich überlege jetzt in Zukunft, was die Patienten vielleicht stören könnte. Was haltet ihr davon? Ist euch das mal passiert? Habt ihr immer solche Situationen erlebt mit Patienten, die dann sich irgendwie beschwert haben, die in ganz komischen Sphären waren, vielleicht richtig abgedreht sind, aggressiv waren oder auch sich völlig verändert haben, weil sie irgendwie nur ein einfaches Problem haben, das man lösen hätte können, aber es hat halt niemand verstanden, zum Beispiel von der Sprache her. Ich bin extrem gespannt, was ihr dazu sagt. Das war's von mir mit einem ganz, ganz kurzen Fall, aber einen Punkt, den ich so schnell nicht vergessen werde. Bis bald bei Nerdfallmedizin. Ciao.